so ok was nehmen wir dann so so das so 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 ok preis ok ok wir nehmen das schwarze so 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 i got credit from the storekeeper will you take it hey of course your credit's always good at stems it doesn't matter if you've had credit problems in the past divorce chronic gambling mishaps i mean who am i to judge right right if the storekeeper trust you enough to give you a letter of credit then you must be an honest man with a steady income right uh right let's get down to brass tack shall we i know you want it you know you want it and i know that you know that i want to sell it so let's talk extras extras you want to talk extras great this baby's loaded with extras extras for instance did i tell you about the porthole defoggers haha jeez stan that does sound useful and well worth the money too that's why it's already included in the price but wait there's more did i tell you about the anti-lock anchor did i tell you about the rack and pinion rudder jeez stan that does sound useful and well worth the money too that's why it's already included in the price but wait there's more but wait there's more but wait there's more but wait there's more did i tell you about the velour sale covers naturally jeez stan that does sound useful and well worth the money too that's why it's already included in the price but wait there's more did i tell you about the taco meter jeez stan that does sound useful and well worth the money too that's why it's already included in the price but wait there's more did i tell you about the elevator made with wood from burgundy wine casks jeez stan that does sound useful and well worth the money too that's why it's already included in the price but wait there's more did i tell you about the simulated wood siding enough about extras already okay where were we i'd like to make you an offer great how much i'd like to pay two thousand pieces of eight sure i guess we can start out at the bottom i got all day i'm gonna be getting a whole new shipment next week so you got me over a barrel i've got to sell this baby even if it means losing my shirt but i'd like to make you an offer i'd like to make you an offer great how much okay let's try it well how does three thousand pieces of eight sound sound that's a little bit more like it but not much what is happening so i guess i'm going to make you an offer just tell me what would it be it's a little bit more like it you know you can try harder than that just tell me what would it be Du wirst nicht mehr so machen. Ich würde dir einen Anbieter machen. Wollt ihr eine Anbieter? Wie viel? Okay, 5.000. Aber das ist meine Anbieter. Das ist ein bisschen mehr anbieter. Aber nicht viel. Ich weiß, dass du stärker kannst. Das ist das nicht mehr anbieter. Freund, du mir die Wahrheit erzählst. Es ist die kleine Frau, nicht wahr? Du, wenn du eine kleine Frau mit dem zu sagen kannst, wenn du eine neue Anbieter mit dem sagen kannst. Du bist so ein Schuss. Du bist so ein Schuss. Sie zu stehen. Sie hat dich für dich. Und wenn sie diese Anbieter sehen, sie hat dich für dich. Ich glaube, sie hat dich für dich. Ich glaube. Es vergessen. Ich bin nicht mehr anbieter. Ich muss das anbieter sein. Ich bin nicht mehr anbieter. Ich bin sicher, dass wir etwas ausprobieren können. Ich bin sicher, dass wir etwas ausprobieren. Vielleicht bist du richtig. Natürlich bin ich. Jetzt wo sind wir? Oh, ja. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich dachte, du bist interessiert in diesen Schuss. Das ist mit dem Nix. Ich brauche das Boot. Jetzt warte ein Moment. Nicht so schrecklich. Ich bin sicher, dass wir etwas ausprobieren können. Wir haben wahrscheinlich die Extras. Okay, hau jetzt sofort ab, jetzt hau dann natürlich ganz ab. Okay, vielleicht versuchen wir es nochmal. Wir bauen das Schiff. Okay, versuchen wir ohne die Extras. Wir sagen nichts zu Extras. 5,000, and that's my final final offer. 5,000 Pieces of Eight. Okay, okay. It's killing me, but okay. And I thought I was gonna give my children Christmas presents this year. Just take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh yeah, do you have that note from the storekeeper on you? Thanks. I've got to run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts, but I'll talk him into it. You meet me on the crew. I'll bring the ship and the papers. I just want to say that I really feel like we got to know each other today. I mean, I really felt some bonding here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Really? Sucker. See you at the dock and don't forget your crew. All three of them. Okay, we have three crew members. We have already done that. We have already done that. We should have to let the ship out. We should have to let them get out of it. We should have to let them get out of it. Okay. We should have to let them get out of it. We should have to let them get out of it. Okay. was tun wir jetzt eine Crew gebrauchen war hm, da kommt hier durch ja, vielleicht die Fahrsache, die sich uns mal anschließen was auch alles nicht da Hallo Oha Also, du hast zurück, um das Zukunft zu lernen Ja, ich muss nach dem Gouverneur gehen Du musst erst jemanden finden, um zu helfen in deinem Grund Ich liebe das Flaschen Das macht mich zu sehen Ich habe eine andere Vision Du musst Du musst Du musst nach Monkey Island Wow Du musst nach Monkey Island Spill es Ich sehe die Cannibals Ich sehe die Cannibals Die 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 Du Sei nicht bemerkt. Keine Angst, ich schaue nach LeChuck. Nicht von LeChuck, sondern von dir selbst. Was du über dir selbst und deinem Welt findest, wird dich erschrocken. Nehmen. Knochen. Nehmen. Ähm, ja. Oh. Und das sind schon immer noch ein Wünchen. Können wir noch was mitnehmen? Ich hätte besser nicht. Sie sind wahrscheinlich für ein Paganer Ritual, und ich würde es nicht spoilern wollen. Die Statue, können wir die noch mitnehmen? Nein, danke. Danke. Ich würde es nicht bemerken. Okay. Und nun? Ja, was nun? In Summer Moon. Das ist ein... Ja. Ja. Können wir hier vielleicht noch was finden? Finden. Oh. Können wir Krüge mitnehmen? Krüge klauen. Können wir den Holz. Händen. Ja. Oh. 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 Das ist schon wieder fünf. Oh. 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 Ja, ja. Oh. Ja, Juno Es ist nicht Wir haben hier Krüge, das können wir ein bisschen Druck mitnehmen oder so, das wäre noch mal eine Idee, gibt es irgendwo eine umfassende Kneipe. Ein bisschen in der Wand. Ah hier ein Fass, bestimmt. Oh. Ah ok, es frisst sich durch den Kugel. Sekunde, 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 Sekunde. Jetzt hier. Keine Zeit von dir. Ich habe da so eine Idee, wenn sich das durch den Kug frisst, dann haben wir auch bestimmt, das sind wir auch sechs Krüge, damit wir das öfter versuchen können. Ab zum Gefängnis. Oh nein, damit können wir das Gitter bestimmt aufschmieren, wir haben hier noch ein paar Krüge. Dafür die Abkürzung hier, Sekunde, ja natürlich, das ist natürlich sinnvoll, das dafür zu benutzen. Das machen wir, wenn wir alles verkackt haben, wenn wir alle Krüge verbraucht haben. Du hast das Spiel verloren, du kannst neu starten. Ach, hier steht noch ein Krug, sehr schön, mit Sicherheit, was mal blöd genug ist. Wahrscheinlich auch, wenn man die verlierst, dann kommen sie alle wieder zurück. Das ist so, dass man sich nicht festgelegt hat. Na komm, keine Zeit zu verlieren, auch mit der Abkürzung. Jetzt würden wir sowas hier nicht machen. Na komm, in die falsche Richtung. Keine Zeit. So, hier, 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 hier. Und, na komm, um die Ecke. Hier, noch kannst du es schaffen. Na komm. Okay, es muss noch schneller gehen. Zeit ist knapp gemessen. Keine Zeit zu verlieren. Ah, da stehen die zwei Krüge wieder. Also, wir haben ewig Zeit. Ewig Zeit haben wir nicht, aber... Das ist hier ein bisschen... ja. Nein. So. Jetzt kommt mit Fass und los. Nix wie ab. Nix wie raus hier. Und nix wie tot lang. Ist doch jetzt ultraschnell. Ach komm. Abkürzung, 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 abkürzung. Eingang, abkürzung, 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 abk Ja, das macht Sinn, dass wir ihn vielleicht unterwegs einmal umschütten. Einmal Sekunden, das wollte ich nicht. Es wird jetzt vieles erklären. Umschütten. Natürlich. Dann haben wir eine Zeit der Welt. Mit 5 Krücken können wir über die Insel laufen. Aufzurollen. Jetzt kommen wir ganz in Ruhe. Und bis nicht nochmal zum hohen Kochen. Das nervt. So. Jetzt ganz in Ruhe. Raus hier. Raus hier. Na komm. So viel Zeit sollten wir uns auch nicht lassen. Wir können uns schon gerne beeilen. So jetzt können wir doch jetzt das hier. Benutzer. So sehr trüge sind sollten wir auch nicht. Sehr schön. Glaube ich. Abkürzung nehmen wir trotzdem. Sehr schön. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Komme hier am Ende einen. Vollwertigen Krug. So Sekunde. Benutzer Krug. Mit. Mit. Sehr schön. Jetzt können wir hier den Krug. Looks like a fine pewter tankard. Sekunde einmal noch umschütten. 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 Hey, Grey. Ein Bier. Ich bin wirklich fach. Nein. Yikes. Wow. Und zu denken, dass ich diese Sachen trinke habe. Ich bin frei. Oh, ja. Danke. Sucker. Aber. Haben wir noch ein Problem? Sieht nicht so aus. Ja. Okay. So viel dazu. Ich bin hierhin. Ich bin hierher hin. Ich bin hierher. Ich bin hierhergeztert, es Ihnen auf Ihre Misstraße geschehen. Heptain. Heptain? Heptain, estarst du allhart? Nö. Der ist riesig. Nobody can say it. Bye, you. Oh, bye. I'm not taking any chances now. You took care of Mr. Threepwood then? Guidebrush Threepwood will not be a problem. At this very moment, he's 20 feet under water. Probably bloated up like a fattened pig. His eyes being eaten out by crabs. Fish pecking at his fingers. Um, robot snob? Ah, yes, sir. Ugh, sure does it that. Now, go check on the route. Make sure it's locked up tight. Aye, aye, Captain. So. Die drei Prüfungsaufgaben haben wir schon geschafft. Jetzt wollen wir nochmal zum Schwertmeister, oder? Dass, äh, den da... Vielleicht können wir den Schwertmeister überreden, dass der uns... unserer Mannschaft beitritt. Das wäre ja sehr prägernd. Was? Ich habe meine Augen auf dich, Junge. Steine. Wenn du siehst, wenn ich deine Leger breche. Was willst du? Ich schaue für den Schwertmeister von Melee Island. Ja, ich werde da fallen. Oh, bitte. Bitte. Ich werde das nicht sterben. Ich versuche es. Hm... Ich glaube, ich könnte da hinweg überfliegen. Wieder. Ich bin gleich zurück. Sehr schön. Dann haben wir wieder Wegweiser. Ich habe meine Augen auf dich, Weaselboy. Ich versuche nichts. So. Gerade bei den Weltslichtungen... Ja, jetzt hier ist es noch nicht wichtig, aber... nachher bei den Weltslichtungen wird es interessant. Bei den Gabelungen und so weiter. Nur will ich schon gerne wissen, wo es lange geht. Mit dem einer war jetzt befreit. Ob der jetzt schon in unserer Mannschaft ist? Ich bin nicht sicher. Vielleicht will er ja mit in die Mannschaft kommen. Damit möchte ich auch mal reden. Mit gemischtwaren Händlern. Da geht er lang. Und wenn man ein besseres Gelegennis hätte als ich, dann wäre es auch gar nicht so schwierig, wenn man es einmal gemacht hat, sich das zu merken. Ich bin nicht zufrieden. Das muss man nicht zufrieden. In der Nähe. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Das muss man bei mir mit einfach einem machen machen. Stay back here and eavesdrop.